Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Ag aufs Maul mit dem Lennart, äh, Hendrik? Ja, Lennart, hallo. Hallo Lennart, hallo Hendrik. Hallo. Ach ja, egal. Ja, beim letzten Mal haben wir hier aufgehört. Es gibt nicht viele Änderungen, es gibt nicht viel Neues. Wir machen das auch in einem durch. Ach, hast du schon zwei Chilchinen-Brustplatten? Genau, ich habe schon mal zwei gemacht und eine Hose. So, jetzt bräuchten wir halt nochmal einen neuen Stuff. Aber ich lasse es erstmal da drin. Dann lass uns doch auf Chitin, äh, Suche gehen. Okay. Ähm. Warte mal, ich, ich, ich mach mal eben noch einen Crossbow. Und dann... Dann kann ich den Bogen hier auch rausschmeißen. Äh, ein Crossbow ist noch drin zu dich, ne? Ich schmeiß die Steinsachen, schmeiß ich mal ins Bett weg. Das war nice. Äh, wollen wir uns da ja noch einen Metal-Pike noch machen, bevor wir losgehen, oder? Ich hab schon einen. Ich hab doch vorhin eine gelootet. Ähm. So, 500 Wait, reicht Dicke. So. Können wir mit dem Entfangen ganz mal ein Vieh. Oh Gott. Nehm ich den hier noch mit und schmeiß das Metall einmal in die Silvi rein. Äh, in den... Na, wir sollten halt wirklich noch mehr Pikes obendrauf stellen, am besten auch die Metal-Pikes. Ja, aber die kosten halt Metall und Zement, die sind relativ teuer, glaube ich. Ja, stimmt. Dafür, dass einfach nur keiner drauf springen soll, reicht noch erstmal die. Ja, stimmt. Können anfangen. Ich glaube, da ist jemand sauer auf uns. Das Gewittert. Warte mal. Falls wir unterwegs irgendwas sehen, was wir tellen wollen, nehme ich jetzt noch Narkomittel mit, Pfeiler, stellen wir eben noch was hierher. Fernrohrtechnisch aus, hast du schon was gemacht, oder? Äh, noch nicht. Warte. Was? Ne, nicht F-Gern, sondern Fern... Fernglas. Jetzt brauche ich Holz, Kristall und Leder. Stell ich welche her? Stell ich vier Stück her, ja? Jo. Weil es mal einer verrecken sollte. Ich habe aber erst noch Pfeile in der Macher. Dann stelle ich hundert Narko-Pfeile her. Ich wechsle dann sofort mal meine Brustplatte aus. Ja. Wann machst du gerade? Ich teile gerade Fleisch auf und mir ist ja gerade eingefallen, dass man das ja automatisch machen kann. Oh, richtig. Aber ich habe schon Fleisch aufgeteilt. Ich habe schon, keine Ahnung, über 500 Gammelfleisch. Ach so, ja gut. Aber ist ja egal. Ah man, was wir haben, haben wir, ne? Ein paar Kuchen backen und dem irgendwen unterjubeln. Kann man so machen, ja? So, das da hin. Das kann ich gerade irgendwie nicht mehr springen. Warum, weiß ich nicht. Wieso kannst du nicht mehr springen? Wer ist das? Wer ist das? Ferngläser sind fertig. Wollen wir mal gucken. Und. Vielleicht. Aber ich finde halt auch in den N-Grammen, finde ich halt, die sind dieses neue Dingens nicht, ne? Die sind neue Ballista, nix. Ja, du musst einfach mal Ark eingeben. Ah, hier. Ark of Smalls, Musik. Holzfasern, Metall, Stein und Stroh. Die können wir sofort bauen. Holzfasern, Metall, Stein und Stroh. Ich hab's da gebaut. Oh nein, Scheiße. Ja, ich muss mal eben die letzten 27 Pfeile machen und dann sind wir nicht durch. Dann können wir los. Sollen wir dann auf Taming-Tour gehen? Gucken, dass wir irgendwas getamed bekommen. Dann haben wir richtig, ob sie die Hand in so einem Scheiß mitbringen. Das könnten wir machen. Hörst du das? Hörst du hier gerade das Soundbugs oder was ist da los? Ich glaub, die Schildkröte ist einfach gerade durchs Wasser gelaufen. Oder was meinst du? Oh Gott. Schusswaffen. Der kostet Stein, Opsi, Metall und Leder. Wir könnten uns davon tatsächlich schon einen machen. Ja, aber die sind... Ach. Weil Obsidian haben wir ja hier. In Höl und Föller. Weiß nicht, ob wir das schon mitnehmen sollten gleich. Ja, wirklich teuer. Ja, obwohl der Rockete kommt es halt viel Eisen. Ja, vor allen Dingen, wenn er einmal weg ist. Ja, komm, lass uns erstmal so losgehen und dann... Das war auch wieder recht. Stimmt, natürlich. Dass ihr noch irgendwer anders bekommt. Ja, das muss ja nicht wirklich nicht sein, dass es reicht. Gehen wir zu Fuß los? Oder mit Sharks? Ja, und zu Fuß würde ich sagen. Geh ich auch. Dann müssen wir zu Fuß etwas schneller. Tu mal. Scheiß, Prozessor, Ausrüstung, oder? Ja, falsch. Nehme, richtig. Bolas. Ich kann jetzt erstmal nur drei bauen. Ja, ich kann auch nur drei bauen. Na gut, dann passt das. So. Ja, wollen wir mit dem Fallschirm runter? Ah, ja, weiß nicht. Können wir ja. Ich würde jetzt noch gerne ein, zwei Bolas... Ah, wohl, weil... Nee. Glaube ich gar nicht so, dass es so die kluge Idee wäre. Was? Dann fällt schon runter. Wir wollten halt noch Bolas, ne? Wir müssten noch Bolas bauen. So, könnte ich machen, aber ich brauche noch ein bisschen Stroh. Dann kannst du sofort Stroh mitbringen. So mache ich. Danke. Oh, hier ist noch ein goldener Teilblock. Äh, ich habe gerade schon mit goldener Metallblock, habe ich gerade schon aus... äh... abgefarmt. Ich habe jetzt auf den einen hier nochmal zwei, dreimal draufgehauen. Ja, und die Bäume sind gerade respawned hier neben uns. Stimmt. So. Au. Hast du das, ob sie jetzt schon mal abgefarmt hier an der Küste? Ja, super. Das habe ich schon in die, äh... smoothie gepackt, dann. So. Ich gehe jetzt einmal mal ein Inventar ausleeren. Ich habe jetzt noch Bolas gecraftet, acht Stück. Jetzt gehen wir mal ein Inventar leer machen und dann können wir los. Oh, jetzt habe ich eine Narko-Bere gefressen. Fuck! So, ich muss jetzt noch gerade noch völlig craften. Das Iguano, dann ist aber auch weg, ne? Ich weiß nicht, warum ich so läge. Ich habe noch mehr Chitin. Und ein paar Schichter weggemacht. Äh, Henrik? Ja? Bist du da? Ich habe noch ein bisschen Chitin mitgebracht. Eventuell Hose und Kopf. Ich belege, ob ich das Adams-Kostüm einfach wegschmeiße. Schmeiß alles einfach weg. So, eine Hose habe ich noch. Und dann mache ich... ...zwei Köpfe. Zwei Stiefel. Hose und Kopf. Heißt, Hose und Kopf kann ich mir nehmen? Hose und Kopf. Du kannst dir... Jetzt kannst du dir alles rausnehmen. Okay. Da kommen jetzt noch einmal Schuhe. Ja, ist doch super. Dann bin ich soweit. Ebenso. Na, wo waren wir lang? Rechts oder links? Lass mal gucken, ob ein Alpharab da auf der anderen Seite gespawnt ist. Gut, machen können wir den sowieso nicht. Ja, machen können wir den nicht, aber wir können versuchen, den Weg zu locken. Obwohl, ne, am besten kommen wir dem Vieh nicht zu nah. Das ist eine scheißidee. Das ist eine richtige scheißidee. Ja, wir können ja trotzdem mal lang gehen. Na, vielleicht finden wir den Kanu oder so. Das wäre halt nochmal übel immer. Wenn man jetzt Kanu ist. Oder wir gucken, ob ein Rex gespawnt ist. Wir haben ja rechts auf der anderen Seite ein Rex spawn. Lass mal ohne Schiff laufen. Lass mal ohne Schiff laufen. Lass mal ohne Schiff laufen. Ah, ist ein Terry. Ach, ist ein Terry. Achtung. Rechts ist ein Terry. Lass mal auf. Genau neben dir. Weiß ich. Gott sei Dank, das ist nicht kein Schaden, ey. Beim Terry sollten wir echt nicht zu nah kommen. Aber vor uns sind Raptoren. Raptor Level 40. Und ich hab hier einen am Arsch. Da ist der Treiben sofort. Level 5. Ja, scheiß drauf. Nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Ich pull mal den 40er. So. Aber lauf nicht zu weit rein, ne? Ne. Kannst du bullern? Jo. Ich bull da den anderen. Ja, super. 29 und 41. Oh, ich werde von Fliegen attackiert. Kriegst du die alleine? Die Fliegen krieg ich alleine. Aber ich will nicht, dass der sich rausholt. Ist das bewusstlos? Kannst du auf den zweiten schießen, dann kann ich hier die Fliegen machen. Ball bewusstlos. Nice. Brauchen wir nur noch Fleisch, ne? Warte mal, Fleisch haben wir da jetzt hier? Ne 41er hat. 21er auch. Oh, der Terry ist hier ganz nah. Wo? Da am Pfosten. Na ja. Welches Level hat der? Na, der ist 44, der ist hoch. Den kriegen wir nicht platte. Oh, das ist blöd. Der ist, der Terry kriegen wir sowieso nicht platte, nicht zu Fuß. Ah, kann man ja irgendwie wegpullen oder so, irgendwo hin? Schlecht. Jetzt ist ein Spino, Level 5, den kriegen wir eventuell auch down. Hm, was hältst du da? Level 5 war Spino? Ja, natürlich, nein, wenn wir das hinkriegen. Spino müssen wir aber relativ gut füttern, ne? Die ganze Zeit. Und wir müssten eventuell gucken, dass wir den Terry down kriegen für Prime Meat. Terry müssten wir echt gucken, aber brauchen wir halt irgendeine erhöhte Position hier? Eigentlich nicht. Einer pullt. Ich hab gepullt. Ne, doch nicht. Ich hab nicht gepullt. Ja, aber der ist relativ schnell eigentlich. Der ist beschäftigt, er ist beschäftigt. Terry ist aber eigentlich relativ schnell, finde ich. Oh, kommst du weg? Ja, ja, klar. Das Problem ist nur, da wandelt der Terry noch. Oh mein Gott. Oh, ich hab Low-Up-Hip. Hilf mir. Auf dem Weg. Nicht sterben. Ich bin nicht tot. Alles gut. Er boxt sich mit ner Schildkröte. Okay, 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 komm zu mir, komm zu... Oder, warte? Er boxt sich mit der Schildkröte. Jojo, sag, wenn er fertig ist. Dürft ihr gut genug stehen, dass er hier nicht hochkommt. Der oder? Komm da weg, komm da weg, komm da weg. Der oder? Der oder? Der oder? Der Spino. Der rennt zu uns. Der ist down. Der liegt. Super, super, super. Gut, er ist nur Level 5, aber... Besser als nix. 10 Bar von jeder. Lol. Achtung, Schildkröte kommt. Oh, ja. Mach ich. Machst du? Ja, wir brauchen das gleich schon, ja? Geh mal eben nach den beiden Raptoren gucken. Ja. Der 5er Raptor steht schon. 50 und 40 Prozent kommen so durch. Boah, was für komische Geräusche. Die Viecher machen, wenn die fressen. Äh, nimmst du das Fleisch? Von der Schildkröte? Und gibst es dem Spino? Jo, hab ich schon. Ich bin grad schon an der nächsten Schildkröte dran. Okay. Ja, aber der Spino, der könnte relativ viel fressen, bevor der fertig ist. Ja, der hat jetzt 200 drin. Ja, ach, das reicht. Das reicht locker. Er hat 1000 Leben. Aber den müssten wir vielleicht mal gegen, ähm... Ich hab schon einen Narkotik, glaub ich, schon reingelegt. Hab ich schon reingelegt. Hast du schon gegengedrückt, oder? Nee, 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 der geht noch runter. Der geht noch runter. War mal gegen. Geht eigentlich nur darum, dass der halt die Zeit, äh, mit dem Hochgehen hat, ne? Ich schau' noch mal nach den beiden Raptoren. Oh, der Terry ist ganz nah, ne? Der ist ganz nah. Ich hab' ne Idee, ja? Wer ist denn? Der hier ist so ein... An diesem Pfeiler, da ist so ein bisschen erhöht, da könnten wir den... Wenn der dann nicht hochkommt. Bist du sicher, dass der dann nicht hochkommt? Sicher nicht, aber... Wenn er da hochkommt, sind wir gefickt. Na, dann sind wir ein bisschen leicht am Arsch. Aber gut, aber bevor er die Raptoren... Wir können uns einen Turm bauen. Nee. Jetzt doch was. Foundation. Bei Wände hoch. Und dann ab. Da kommt der Niemleben hoch und wir können den Easy Down machen. So, aber das war's auch schon wieder für die heutige Folge. Ja, das war's schon. Schauen wir da 20 Minuten um. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss, Leute. Tschüss. Auch hier. Tschüss. Vielen Dank.